Ha haaa Hey Leute was geht? Ich hoffe euch gehts gut. Kuba und ich haben gerade Besuch. Django ist da. Und die beiden räumen gerade ein bisschen meine Garderobe auf. Die Franzi hat gefragt ob Django kurz vorbeikommen kann, dann ist er nicht so alleine. Und ich habe eine sehr lange Pause gerade weil ich erfahren habe, dass wir 90 Minuten über der Zeit sind. Das heißt ich bin hergekommen und habe jetzt noch anderthalb Stunden Zeit. Moment. Ja die lieben sich, abgöttisch die zwei. Ja und ich ähm, die beiden sind so am eskalieren hier. Also positiv am eskalieren. Unglaublich. Ich bin tatsächlich, waren wir gestern uns noch den Skoda angucken. Und ja, ich denke eigentlich schon den ganzen Tag darüber nach welches Auto wohl das bessere für mich ist. Skoda oder Seat. Ja, es ist ganz schwer. Im Endeffekt ist der Seat im Preis einfach unschlagbar. Allerdings muss ich sagen, dass der Skoda besser verarbeitet ist und wenn du dich in den Skoda reinsetzt hast du das Gefühl, du hast einfach mehr Auto. Also du bekommst mehr Auto für dein Geld als bei dem Seat und die Verarbeitung ist auch wirklich, muss ich sagen, einen Ticken besser. Ich finde es einen Ticken ansprechender, keine Ahnung. Aber der Preis ist eben echt ein Argument und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich weiß nur, dass ich mir heute nochmal den Skoda angucken wollte. Ich bin am überlegen, ich habe keine Ahnung. Ja, mal gucken. Lass dir das nicht gefallen, Django. So ist fein. Boah, mit den Doggies raus. Mhm. Ja? Ja. Kuba hat gerade zum ersten Mal in seinem Leben ein Quietsche-Spielzeug, weil ich habe das immer versucht irgendwie zu vermeiden, dass wir ein Quietsche-Spielzeug kaufen, weil einem das Original nach zehn Minuten so auf die Nerven geht. Ja, und Kuba hat jetzt nach einer Minute das Quietschen für sich entdeckt. Schatz, du willst ihm jetzt ein Quietsche-Spielzeug kaufen, ne? Ja. Ja, ne? Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ja, klar hat der Spaß da dran. Aber ich glaube, wir haben keinen Spaß da dran. Hör doch mal. Danke dir. Kuba. Fein. Feiner Schatz. Und... Er ist so geil. Ich liebe diesen Hund. Ich liebe den kleinen Racker. Okay. Kuba hat jetzt zehn Minuten mit diesem Quietsche-Ball gespielt. Und folgendes ist passiert. Er hat ihn zerstört. Kuba, mal ganz im Ernst, ne? Wie machst du das? Ein Quietsche-Ball, den der Django wahrscheinlich schon ein Jahr lang hat. Zehn Minuten. Zehn Minuten, Mann! Hier. Kaputt. Der Ball hat mal gequietscht. Schatz, ich gehe drehen. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Und mach keinen Unfug, ihr zwei. Kuba, hast du gehört? Ciao. Fertig? Ja? Ja. Super. Alter, was ist denn hier los? Hä? Jango, du bist ja auch wieder da. Hey! 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 Feierabend, Jungs! Ich hab Feierabend! Hey! Sille! Yo! Schönen Feierabend! Sei schön lieb, he? Immer! Pass auf die Welt auf! Rette die Welt! So, Leute. Ich melde mich ab für heute. Passt auf euch auf. Bis morgen. Ciao.